Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute haben wir eine weitere SPC-Lösung am Start und zwar diese SPC, Jahr des Hahns und hierbei bekommt man ein Team der Saisonspieler Pack das heißt du bekommst ein Team der Saisonspieler, also ein Team of the Season und das ist richtig, richtig krass, ich habe das gestern wirklich, muss ich ehrlich gestehen, zwei Stunden lang probiert zu lösen ich wollte einfach nicht zehn Spiele machen, um meine Spiele auf Loyalität zu bringen ich wollte wirklich Spieler nehmen, die ich im Verein habe und jetzt habe ich es endlich geschafft ich habe nämlich jetzt noch die Weekend League Belohnungen gezogen und da habe ich jetzt neue Erstbesitzer bekommen und dadurch konnte ich das Ganze lösen und das ist einfach nur wirklich eine so komische Lösung denn ich habe diese beiden Spieler vom ZDM und vom ZM umgewandelt zu Stürmern damit das Ganze eben funktioniert, jetzt kommen da eben alle auf 10 Chemistry und ihr braucht da wirklich Spieler mit Loyalität, ohne Loyalität wird das Ganze nicht funktionieren schaut einfach in eurem Verein, ja, Bayley ist da nicht dabei schaut einfach in eurem Verein, wie viele Erstbesitzer ihr habt und ob da irgendwas passt ihr braucht einfach nur einen Stronglink über die Nation, ja, über die Nation und die Liga von Innenverteidiger zu ZM und dann braucht ihr vorne jeweils einen Spieler der halt dieselbe Nation mit dem anderen dann eben hat das Ganze geht auch, wenn ihr das andersrum machen würdet, also jetzt natürlich positionsgetreu ist das nicht aber wenn das jetzt so wäre, also wenn Stürmer zu ZM ein Stronglink wäre aber wir haben das halt natürlich so, damit das mit den Spielern auch passt aber falls ihr auch andere Lösungen habt, es geht auch andersrum ich hoffe, ihr habt das halbwegs jetzt verstanden, was ich meine und ja, dann drücken wir natürlich direkt auf weiter und ich bin sehr, sehr gespannt, was dann in diesem Pack drinnen sein wird und hier haben wir das Ganze abgeschlossen ich freue mich schon richtig, jetzt endlich dieses Pack zu öffnen wie gesagt, ich habe es gestern echt saulange probiert und es ist einfach nicht aufgegangen und ich war schon richtig, richtig down, weil ich es einfach nicht geschafft habe diese SPC zu schaffen, aber jetzt habe ich sie eben geschafft und komm, da muss was Gutes drin sein Jungs, ihr kennt ihn, den Packler-Code wir setzen ihn auf und drücken drauf in 3, 2, 1 und go bitte Walkout, bitte Mann, das gibt es nicht, das ist kein Walkout, schade es ist kein Walkout, es ist, oh mein Gott es ist der schlechteste Team of the Season, glaube ich jetzt ohne Witz, es ist der schlechteste Gold Team of the Season, den man ziehen kann ja, der hat ja nicht mal schlechte Werte, gell der hat eigentlich sau die guten Werte aber Jungs, der hat ein 83er Rating als Team of the Season das ist schon extrem bitter, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr was Besseres gezogen habt schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr gezogen habt wir sehen uns im nächsten Video und Ciao